herzlich willkommen bei 11 stream sport wir zocken unsere pcm 23 karriere weiter sind mittlerweile im jahr 2027 angekommen und das krasse ist ich glaube wir fahren unser erstes world tour rennen oder also schreibt mir gerne in die kommentare ob wir schon mal ein world tour rennen gefahren sind bei dieser karriere ich kann mich nicht erinnern also ich wüsste jetzt nicht welches world tour rennen wir schon mal gefahren sind ich glaube dass wir noch keine einladung bekommen haben ehrlich gesagt aber jetzt haben wir es geschafft und es ist eins meiner lieblings rennen es ist strade bianke und wir haben echt ein gutes team ja viel überlegen müssen wir nicht wenn wir nominieren wir nominieren alle die wir haben denn ihr wisst es ja wir haben bloß sechs fahrer am start und jetzt gehen wir rein würde ich sagen ich denke dass wir die chance haben weil wir mit christen und mit staun imitet und von mechelen wirklich drei leute haben die diese hügeligen berge die klassiker gewinnen können und gewinnen ist vielleicht zu hoch gegriffen ich meine wir müssen mal gucken wer am start steht aber zum top ten ergebnis bei strade bianke mit unserem japanischen team wo wir angefangen haben vor ein paar jahren das ist ja unvorstellbar ich habe richtig bock ich hoffe ja auch danach spielen wir übrigens noch paris nizza wieder ein world tour rennen also heute nur world tour hier bei uns ja die world tour ist noch mal eine ganz andere nummer aber das war zu erwarten da fahren die fahrer nämlich auch richtig ernst also ein pogacar im oman der ist halt da so ein bisschen mitgefahren der ist so ein bisschen mitgefahren hat ein bisschen paar tritte ausgelassen um sich vorzubereiten auf die wichtigen rennen das rennen ist geistesgestört 29 leute 31 jetzt noch im hauptfeld hier sehen was alter gana pogacar ala philipp van der poel holy shit das ist nicht zu fassen van der poel mittlerweile auch bei jumbo wissen wir auch badet ist bei jumbo wissen wir also was hier transfer technisch abgeht ist ja wirklich unfassbar jetzt sind es noch 27 leute wir sind noch mit drei leuten vertreten wobei staune mit hat gleich wegfällt und wir fahren viel von mecherlen und christen ich bin mir noch nicht ganz sicher wer am ende unser captain sein wird auf jeden fall nähern wir uns dem ziel ehrlich gesagt top 10 zu schaffen partie fliegt raus krieg war haben wir hier übrigens auch hier sehen wir mal wie er sich entwickelt hat top hügel fahrer das wird in der realität auch nicht anders sein wer ist noch vorne ich sag's ganz ehrlich die gruppe müssen wir erstmal einholen ich würde jetzt mal behaupten dass hier der ein oder andere vielleicht durchkommt das sind schon starke gruppen jetzt in der gruppe willst du mich faschen habe ich mir muss ich ehrlich gestehen gar nicht so genau angeschaut die gruppe weil ich ehrlich gesagt anderes zu tun hatte während der etappe da war so viel action drin die ganze zeit von anfang an dass ich damit beschäftigt war irgendwie meine leute hier irgendwie durchzubringen die frage ist wann holen wir noch mal was zu trinken wahrscheinlich nach dieser kopfsteinpflaster passage die jetzt kommt oder schotter es ist ja schotter dann wird ja mal eine weile kein schotter kommen ich glaube dann verpflegen wir uns noch mal von mecherlen ist ein bisschen weit hinten platziert weiß nicht woran das liegt von der pole auch übrigens aber von mecherlen ist jetzt die ganze zeit immer schon so ein bisschen zu weit hinten gewesen christen müssen wir jetzt auch ein bisschen hier mit dem einsatz steuern nicht dass wir am ende in der pflicht sind nachzufahren ich schon war halt einfach gar und von der pole sind da jetzt welche weggefahren nicht die waren schon vorne doch buchert weggefahren ja jetzt haben wir den sprung verpasst aber es macht nichts wir fahren ja nicht zwingend auf sieg sondern schon eher auf platzierung sage ich jetzt mal und ja da kämpft jetzt jeder für sich das ist unfassbar hart dieses rennen unfassbar so wir fahren jetzt vor ich habe jetzt christen extra ein bisschen beim einsatz runter geschaut weil ich gerne hätte das christen und von mecherlen gemeinsam fahren top 10 ist noch machbar glaube ich ich glaube top 10 ist noch machbar wir holen jetzt die leute von der ausreißer gruppe ein aber die gruppe ist eigentlich die in der wir sein müssten das ist quasi das neue hauptfeld aber das sind wir viel zu weit weg die brettern hier jetzt drüber das sind wir viel zu weit weg das heißt ja das heißt top 10 wird schwierig so von mecherlen kümmert sich hier zum christen er kann sich auch schonen kristin ist der kapitän das hat sich jetzt herauskristallisiert über die zeit fabro haben wir eingeholt aber auch vorne in der gruppe aber wir werden da nicht mehr nach ganz vorne kommen das ist die gruppe in der wir hätten sein müssen das ist quasi das hauptfeld wird es ja hier auch als peloton gekennzeichnet ja da werden wir nicht mehr rankommen da können wir machen was wir wollen aber wir sind in guter gesellschaft hier sind so gute fahrer unfassbar unfassbar geil dass wir hier jetzt an diesem worldtorennen teilnehmen können das gefällt mir unglaublich so jetzt kommt die passage wo wir uns was zu trinken holen können ich hoffe dass von mecherlen das hinkriegt hier sieht noch mal ein schotter stück und sobald jetzt hier das schotter stück hinter uns haben holen wir was zu trinken das ist jetzt der fall und dann hoffe ich dass wir uns vielleicht noch mal ein bisschen nach vorne ran sneaken können aber die hoffnung ist relativ gering jetzt gucken wir wir sind a 6 im übrigen das ist schon krass da sind schon einige vor uns das haben wir jetzt ein bisschen ja sagen wir ein bisschen verpasst jetzt da wir hätten vielleicht kräftemäßig sogar mitgehen können zumindest zum teil zumindest zum teil hätten wir damit gehen können also von mecheln wird gleich kaputt gehen der verpflegt sich noch mal aber wird nicht mehr lang können und dann sind wir hier mit christen dabei die frage ist halt fährt hier noch jemand ich vertraue jetzt mal drauf dass madua ein bisschen fährt dass wir uns erholen können weil sonst ist christen auch gleich kaputt ja wir spun da jetzt vor das macht nicht mehr viel sinn immerhin können wir vielleicht noch mal ein bisschen näher rankommen an die gruppe hier das ist die gruppe mit pokatscha in die müssen wir rein das ist gar nicht so weit weg zumindest fühlt es sich nicht so an als wäre das soweit weg da fliegen jetzt nach und nach auch leute raus beno fährt jetzt da hat das ding ja schon mal gewonnen hier garner ist ja auch hinten jetzt wenn dran das sind so unfassbar gute fahrer evenipol bis hinter uns jetzt das ist unfassbar ja das können wir froh sein wenn wir die top 20 schaffen ich sag's euch ganz ehrlich das ist ja unglaublich wie das besetzt ist aber ist ja logisch wir sind jetzt herzlich willkommen in der virtua sag ich doch ich versuche jetzt hier noch mitzufahren wir haben uns verpflegt das war genau im richtigen moment weil hier ist oft der entscheidende moment hier bei dem schotter hier bergauf wir sind hier in einer guten gruppe leute die fliegen jetzt das fliegt der zosa raus unfassbar trottenig auch also ja wie viele leute sind jetzt da vorne noch wir haben simmons der scheint hier eine chance zu haben als solist durchzukommen dann haben wir von der pol ok boah der hat das ding noch mal geschlossen was für ein monster der 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 gewinnt das und bogatscha kommt auch noch also eins zwei drei glaube ich ist relativ klar vier aller philipp 56 78 und das sind doch wir ok leute mittlerweile mal so viele leute eingeholt dass wir um platz neun fahren wenn ich richtig gezählt habe ja wir fahren um platz neun und jetzt fliegt auch ganna hinten raus ganna fliegt aus der gruppe und jan christen ist noch dabei aber man muss jetzt hier kein prophet sein jan christen wird auch nicht mehr lange mitfahren also top ten werden wir wahrscheinlich nicht schaffen aber immerhin haben wir die chance jetzt ist hier das tempo komplett raus die wissen jetzt alle gar nicht auch wieder da die wissen jetzt alles geht hier um die top ten und nach vorne geht nichts mehr deswegen will keiner mehr fahren wir leiden schon richtig kristen erholt sich auch nicht mehr also top ten schaffen wir nicht es geht um platz neun jetzt reißt es auseinander da können wir nicht mitfahren keine chance mit unseren balken das heißt wir haben jetzt platz neun zehn und elf das heißt jetzt geht zum platz zwölf auch den werden wir nicht holen können weil die gegner einfach zu stark sind ayuso ist bei uns also ganna glaube ich haben im griff der bricht jetzt wieder ein ratnik und ferron könnten eigentlich auch schlagen ayuso ist halt schwer zu schlagen aber die kommen auf jeden fall in die top 20 mit christen und ich finde ehrlich gesagt dass das schon echt ein gutes ergebnis ist jetzt fliegt ferron raus also top 15 schaffen wir ja jetzt attackieren die ja gut das war's jetzt jetzt fahren wir hier unseren eigenen stiefel bis zum ziel mehr können wir nicht machen aber top 15 werden wir erreichen und ich finde dass es ein top ergebnis das ist unser ich glaube erstes world tour in wir fahren sogar noch mal vorbei an den beiden ich meine wir können jetzt nichts mehr zulegen wir werden uns vorbei sprinten aber trotzdem geil dass wir dann noch mal aufschließen konnten ja und uns überholt auf jeden fall keiner mehr ich glaube garner kommt nicht mehr das haben wir das heißt platz 14 ja platz 14 für jan christen das ist okay leute das ist völlig okay und wo ist flat okay das weit hinten da kommen noch einige fahrer vorher aber platz 14 geiles rennen auch im pcm nicht nur in der realität rocklitz kommt jetzt auch erst also ihr seht es dieses rennen ist unfassbar besetzt die world tour wir haben da eigentlich gar nichts verloren wir haben die wildcard bekommen am ende werden wir 14 damit jahren christen und hatte nicht mal eine gute tagesform also wenn der jetzt noch plus zwei oder so gehabt hätte wer mehr drin gewesen aber ich muss sagen ich bin sehr zufrieden und jetzt geht es direkt rein nach paris nizza herzlich willkommen zu paris nizza tatsächlich unsere erste ich behaupte das jetzt einfach wenn ich schon mal irgendwo in world tour in gefahren bin dann sagt mir das aber ich glaube das ist unsere erste world tour rundfahrt und wen nominieren wir ich habe mich für diese sechs fahrer entschieden und da die erste etappe in sprint etappe ist simulieren wir die einfach ich gehe mal nicht davon aus dass hier besonders viel passiert ich hoffe mal dass unsere leute alle zeitgleich sind jawohl 75 unser bester ich hoffe echt ernsthaft also zu meinem ernst dass da kein zeitabstand war ja sehr gut also alle zeitgleich damit gehen wir direkt rein in die nächste etappe wir gucken direkt mal was das ist wir spielen nur die etappen die für uns von bedeutung sind wir haben kein sprinter wieder sprint etappe zack wird simuliert so machen wir das jetzt in dem jahr weil wir wie gesagt dieses jahr als übergangsjahr sehen ethan verne gewinnt was haben der für werte mittlerweile 79 sprint das kann sich sehen lassen wieder keine zeitabstände öpradon wird letzter und bissecker scheidet aus aber wir haben keine zeit verloren das ist das wichtigste weiter geht's und so kommen wir sehr sehr schnell voran wenn es ein bisschen hügelig wird dann sind wir sofort dabei jetzt kommt ein teamzeitfahren ach du scheiße ja das ist natürlich nicht so gut für uns in eos gewinnt verboder ui jumbo aschidöse bach rein dsm ef oh gott wo sind wir oh gott wir sind wirklich letzter geworden wir sind wirklich 22 von 22 geworden ok 1 45 rückstand oh gott na gut da geht da nicht mehr so viel da werden uns jetzt so krass die grenzen aufgezeigt in der world tour mit unserem team ist es wirklich wahnsinn oh gott es ist der wahnsinn so ausrüstung ja das übernehmen wir jetzt weiter geht's ja wir müssen halt hoffen dass es ähm dass es dann abstände gibt bei dem bergetab und das wird's geben so das ist jetzt die erste etappe die wir spielen werden die vierte die fünfte ist wieder ein sprint die werden wir wieder simulieren und dann die letzten drei spielen wir auch also nur damit ihr wisst was uns noch erwartet ähm jetzt geht's rein und wir werden hier schon einiges leisten müssen und ich hoffe einfach mal dass wir gute tagesformen kriegen denn oh ist ein bisschen verletzt sehe ich aber staunimität und auch christen die können sowas und deswegen erwarte ich hier jetzt was von uns nach dem dämpfer im teamzeitfahren haben wir jetzt natürlich wenig zu melden in der gesamtwertung das muss ich schon sagen habe ich anders erwartet dass wir so schlecht sind habe ich nicht gedacht so jetzt müssen wir uns was überlegen ich drücke mal kurz pause ähm vorne ist noch eine gruppe weg die wird eingeholt wir haben uns nicht äh das ist aber auch ein interessantes trikot wir haben uns nicht ähm an der ausreißer gruppe beteiligt ähm und das war auch richtig so denn die kommt hier auch nicht durch jetzt geht's hoch ähm für wen fahren wir von mechelen sieht gut aus aber jetzt geht's halt erst wirklich den berg hoch der wird das nicht durchstehen der soll sich auch verpflegen das ist eigentlich der erste man den wir jetzt verbraten äh und wir fahren fürs staunimität weil der einfach am berg deutlich stärker ist letztendlich ähm wird es wahrscheinlich keinen großen unterschied machen wir werden nicht vorne mitfahren und wir sind in der gesamtwertung schon so weit zurück dass wir keine gefahr sind für die konkurrenz vielleicht gehen wir auf den nächsten etappen auch irgendwann mal in die gruppe durchaus möglich während hier gerade mit fliegen der letzte ausreißer gestellt wird aber ich versuche jetzt einfach so ein bisschen bei diesem world tour rennen unser team kennenzulernen und eben auch die world tour kennenzulernen denn das ist für uns tatsächlich jetzt neu wie stark sind die rennen besetzt und man muss sagen wir waren zwar auch auf ein paar pro continental rennen am start aber da waren die teams zwar dabei und die guten fahrer waren dabei aber die sind nicht all out gefahren die sind nur so ein bisschen mitgefahren und die helfer deutlich schlechter und jetzt haben wir halt den fall ich hier ist von a zum beispiel dass wir wirklich top teams haben die nur gute fahrer am start haben und die halt auch dementsprechend nur abliefern die ganze zeit auch die helfer die sind einfach saustark selbst wenn du mit deinem besten mann in die gruppe gehst heißt nicht dass du vorne mit misst aber wir mischen hier tatsächlich vorne mit wir haben godü ganz vorne die straße vorher war beschriftet mit seinem namen der gewinnt das ding aber staune mit hat wird zweiter und christen wird dritter ich fasse es nicht und hier gibt es ein zeit abstand und von mechelen kommt da auch noch vorne rein als sechster alter was ist denn jetzt passiert drei unserer leute sind in den top sechs what was ist denn hier passiert von art kommt jetzt rein verliert zeit ich meine wir haben so viel zeit im team zeitfahren verloren spielt keine rolle aber das ist krass wir sind etappen zweiter geworden bei paris nizza ich bin mega stolz auf das team und wer weiß es kommt noch ein paar berge tappen wer weiß was hier noch möglich ist ok load es ist jetzt leider passiert ich habe diese flache tappe simuliert hatte ich ja vor von art gewinnt soweit alles gut aber wenn wir mal nach hinten scrollen unser captain staune mit hat hat tatsächlich 37 sekunden verloren warum auch immer das ist total dumm und damit fliegt er in der gesamtwertung zurück um sieben plätze das ist natürlich schon echt krass jan christens jetzt der best platzierte 152 staune mit hat hat 2 21 flat hat 216 das sind ja unsere drei captains ist natürlich mega bitter dass das durch dieses simulieren jetzt zustande gekommen ist aber das nehmen wir jetzt so hin ich bin davon überzeugt wenn wir das gespielt hätten selbst wäre es nicht passiert aber so ist es halt es kommen ja noch ein paar wichtige etappen so nach dem schock durch das simulieren geht es rein in die nächste etappe und die spielen wir wieder selbst hier ist unsere lego truppe wie immer dominant an der spitze des feldes noch vor dem weltmeister und weltmeister ist übrigens laurenz de plus krass aber so ist es weiter geht's und ziel ist jetzt folgendes hier gibt es doch so einen schönen geilen steilen stich und den würde ich gerne nutzen danach kommt direkt die abfahrt und dann geht es wieder hoch ich glaube dass es möglich ist hier den ein oder anderen fahrer auf den falschen fuß zu erwischen ich behaupte sogar fahrer die jetzt hier in der kurve gerade sind dass die vielleicht hier probleme haben wieder ranzukommen oder zumindest so viel kraft verlieren dass sie dann am ende die kraft nicht mehr haben das ist unser plan also wir brettern hier voll gas rein wir fahren weiterhin für christen und staune mit hat also das ist ganz klar geregelt für wen wir hier fahren da wird jetzt vollgas reingebrettet ihr seht wie steil das ist und das wollen wir ausnutzen das wollen wir vollgas ausnutzen jetzt wirklich kurz pause jetzt ist nämlich fritzschek platt von mechelen auch platt jetzt müsste christen oder staune mit er müssen selbst fahren und es ist eigentlich gar nichts passiert okay also wir fahren jetzt mit fritzschek erstmal weiter ich kann nicht glauben dass hier nichts passiert das ist doch so ein krasser stich gewesen okay jetzt reist krass acht fahrer noch vorne ich meine das ist nicht durchzuhalten aber hier sehen wir schon mal wer gut aufgepasst hat hinten kommt die lücke jetzt müssen sie schon zu fahren das ist schon mal gut das heißt es muss in aller verliebt vielleicht sogar selbst fahren oder so wir brettern hier jetzt mal weiter drüber ja etappen sie können sogar an die ausreißer gehen wenn ich das so sehe jetzt geht es in die abfahrt rein gucken wir mal wie sich das entwickelt also es ist auf jeden fall lückenhaft und jemand der jetzt hier hinten ist der muss schon echt viel aufholen um wieder nach vorne zu kommen darum geht es letztendlich und ja ich hoffe dass sich das irgendwie auszahlt jetzt geht es wieder hoch ich meine fritzschek ist schon im eimer der wird nicht mehr viel leisten können das fällt ist natürlich jetzt wieder da das gleich auch von mechelen übernehmen aber es ist natürlich eigentlich zu früh ne also von mechelen könnte die etappe halt auch gewinnen deswegen fahren wir jetzt mal so weiter ist es wieder gerissen ohne dass wir jetzt besonders tempo gemacht haben wenige gott ist da kurz eine frau die heulewitsch und da ist es wieder gerissen da hinten guckt euch das mal an ja das lohnt sich schon was wir hier machen das lohnt sich schon deswegen lassen wir jetzt auch von mechelen fahren um nochmal mehr tempo zu machen ich glaube dass sich das lohnt also wenn wir ein paar leute irgendwie aussortieren können dann machen wir das wir müssen jede chance nutzen die wir haben nach dem katastrophalen teamzeit fahren müssen wir froh sein wenn wir überhaupt noch die gelegenheit haben irgendwo abstände zu generieren so von mechelen ja der wird heute wahrscheinlich zeit für die ist aber okay der ist niemand für die gesamtwertung das soll hier jetzt alles geben was er hat so das war's mehr hat er nicht zu geben und es sind 17 mann im feld wie gesagt danach kommt der lücke zweite gruppe dann kommt wieder eine lücke dann kommt die dritte gruppe und das ist eigentlich das hauptfeld wenn ich das so richtig sehe aber hier a2 unter anderem endlich mass ne also lenny martinez also es ist schon krass was wir jetzt abgehängt haben die frage ist jetzt gut ich will jetzt fritschek wieder nach vorne schicken das machen wir jetzt einfach mal aber der wird auch nicht mehr lang können der ist nämlich auch gleich kaputt und das ist jetzt der fall jetzt gibt es attacken die gruppe wird gleich gestellt vorne glaube nicht dass die die jetzt attackieren am ende durchkommen ich will aber jetzt auch nicht komplett aufhören tempo zu machen weil am ende kommen alle wieder ran das heißt ich war jetzt mit allen so ein bisschen das erstmal gucken was daraus wird kein bock dass die wieder aufschließen ich sag's euch also die können gut durch aufschließen aber dahinter die sind alle gleich wieder da sind alle gleich wieder da gut dann lass uns jetzt schonen dass uns jetzt christen und es dauern mit hätten ein bisschen beschützen alles wieder zusammen gelaufen 41 leute immerhin also nicht alles zusammen gelaufen aber einiges trotzdem war es den versuch wert das zeigt einfach dass wir nicht stark genug als team sind ich meine punkt eins ist wir sind zu sechs und nicht zu siebt das ist schon mal der erste punkt und punkt zwei ist wir sind in der breite natürlich trotzdem nicht so stark wie die meisten teams muss man auch ganz ehrlich sagen also das wird sich mit der zeit noch ergeben aber aktuell würde ich sagen fehlt uns da schon noch ein bisschen was so jetzt kommen wir rein ins finale vorne hat sich gerade jemand abgesetzt krieg weiß dass vorher war es einer ich glaube das war die philippe aber jetzt konzentrieren uns aufs finale aus der unimitiert das sieht nicht gut aus der sieht leider gar nicht gut aus mit seiner minus zwei das drückt ordentlich rein schaut euch das an hier vor allem ausdauer zähigkeit minus vier das ist krass ich hoffe nicht dass er heute zeit verliert es geht am ende ein bisschen hoch das deutet ja oft darauf hin dass es zeitabstände gibt auch bei kleinsten lücken ich hoffe dass er irgendwie damit rüberkommt bei christen mache ich mir keine sorgen im gegenteil bei christen bin ich sogar eher dabei zu sorgen der könnte die etappe gewinnen wenn wir den gregoire vorne überhaupt noch kriegen weil der macht hier einen richtig guten eindruck ehrlich gesagt jetzt geht es in den sprint rein und gregoire wird eingeholt und von art ja ok also von art bei dem profil ja die nehme ich auch gewinnt das natürlich locker vor nein gewinnt das nicht hugo pasch gewinnt ist das krass das habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen dritter wird andreas kron wir verlieren keine zeit jan christen wird am ende guter zehnt da würde ich sagen und irgendwo gibt es einen zeitabstand nämlich definitiv hier fair market zum beispiel also hier gibt es jetzt dicke zeitabstände alle die jetzt erst kommen die sind definitiv raus aus der gesamtwertung zum beispiel der gesamt 24 und gesamt 26 also nach dem teamzeit fahren spielt das durchaus eine rolle dass jetzt hier einige leute zeit verlieren da sind auch ein paar dabei die in den top 30 sind also durchaus fahrer die für uns wichtig sind aber große abstände hat es unterm strich für die top leute jetzt nicht gegeben also was schumbo wismar hierfür ein feuerwerk abgebrannt hat ist nicht zu fassen jetzt attackieren sie hier den hätten wir auch fast unter vertrag genommen na go du fährt mit hater winge gott wir versuchen jetzt irgendwie den schaden den grenzen zu halten aber was die gerade für ein feuerwerk abgebrannt haben ich will es nur mal sagen enric maß hat hier all out gefahren zusammen mit von der pol und hessmann die haben hier alles im brand gesetzt und jetzt attackiert hier glorg noch oben drüber das ist ja brutal ist wir tun uns schwer mit vermecherlen der hat berg 62 der wird jetzt hier abgehängt ich sage ihm jetzt er kann sich schonen der wird uns nicht mehr helfen der soll sich noch mal verpflegen der soll chillen der hat jetzt keinen schweren arbeitstag mehr aber im staunimität auch wenn er schlechter platziert ist als christen ist natürlich schon unser kapitän hier und der soll jetzt bitte versuchen das ganze so ein bisschen in grenzen zu halten was hier passiert es sind noch zehn kilometer also mir ist das echt zu schnell ich schalte mir noch mal den einsatz runter auf 82 bei mir ist das zu schnell christen das ist das gute ist ein unfassbar geiler edelhelfer jetzt für ihn also ich bin ich bin so stolz also die sechs leute die wir im kader haben die alle am start stehen auf die bin ich so stolz ich finde die mannschaft richtig gut muss ich sagen also das gefällt mir unfassbar gut was wir hier leisten ich schalte mir noch mal den einsatz runter weil es ist viel zu schnell wir holen jetzt sogar code und co wieder ein also ich schalte mir noch mal den einsatz runter ist ja unglaublich wie gesagt das team ist mega geil wir haben halt nicht die breite aber ihr seht es schon schaut euch mal an was übrig geblieben ist das ist das ja hauptfeld die favoriten gruppe wie wollt ihr es nennen keine ahnung aber wir sind als kleines lego team sozusagen mit dabei wir bestimmen das rennen mit christen wird nicht mehr lang können aber es dauern imität auch ganz große leistung wieder der wird hier jetzt die etappe nicht gewinnen und er wird auch die gesamtwertung nicht gewinnen aber vielleicht schaffen wir es mit ihm vielleicht in top ten zu kommen wer weiß ich finde es unglaublich geil was wir hier abbrennen und das macht mega spaß jetzt hier mit der truppe zu fahren hier bricht wieder alles auseinander hater ist weg polis weg von art kann nicht mehr das ist schon eine auszeichnung also ich sage es euch ganz ehrlich ich bin begeistert von dieser truppe und wenn wir die truppe zusammenhalten können hier da laufen leider vier verträge aus am ende so aber wenn wir die zusammenhalten können und noch ein paar leute für die breite holen dann ist das ein team mit dem kann ich mir vorstellen eine richtig gute worldtour-saison zu fahren sonst ist die frage was hier noch geht wir können ganz vorne nicht mitfahren das ist klar aber wir können vielleicht jetzt die beiden kollegen noch abhängen und dann wird vorne vielleicht noch einer zurückfahren ich meine das war die ausreißer gruppe die spielt keine rolle aber ich will ja schon versuchen in der gesamtwertung nach vorne zu kommen und ich glaube das gelingt uns echt gut also wenn ich mir anschauen wer da hinter uns ist hingegaard ist hinter uns mit berg 82 das ist unfassbar jan christen ist durch der der kann jetzt nicht mehr mitfahren das ist mir klar das da unimitiert kann doch der schließt sogar wieder auf nach vorne wenn es so weiter geht ich muss einsatz runter schrauben sonst ist ja auch gleich kaputt aber schaut euch mal an wie geil der hier mit fährt das ist wirklich zum 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 feiern einfach nur hier hat probleme und es schneit übrigens wunderschön lenny masnada ist das wo es lenny martin ist den haben wir schon abgehängt ja hier ist er masnada wird auch abgehen ein kilometer ist es noch wir sind vorne mit dabei 700 meter noch ich kann gleich mal noch mal einen kurzen sprint einlegen vielleicht vielleicht reicht das sogar mich hier noch ein paar leute zu überholen alter alter ich dachte ich gewinne das ding was ist loooos yes unfassbar wir gewinnen die etappe sogar noch die sind alle eingebrochen gody kommt jetzt erst rein gleich gibt es sogar zeitabstände hier auf jeden fall in die nächste gruppe die beiden jungs von gruppama ftg casino auf jeden fall zeit alter wir gewinnen diese etappe ich fasse es nicht ist das geil siebte etappe paris nizza gehört uns unfassbar nach diesem katastrophalen teamzeit fahren stehen wir in der gesamtwertung jetzt tatsächlich auf platz 5 und 6 star limitiert hat ja noch mal auf irgendeiner etappe 38 sekunden verloren ziehen wir das mal ab und noch das teamzeit fahren dann werden wir gesamt erster also man weiß natürlich nie ob es dann auch dazu gekommen wäre aber das ist schon krass die abstände sind auch krass wenn man da mal hinter schauen wer da rückstand hat unglaublich ja was geht jetzt noch das ist eine hügelige angelegenheit würde ich sagen am ende wird glaube ich eine große gruppe ankommen da wird nicht viel passieren trotzdem wollen wir gewappnet sein und deswegen fahren wir da mit einem schönen zug rein tagesformen sind okay nichts gutes nichts besonders schlechtes ich denke damit können wir klarkommen wir haben hier minus 1 bei fedorov und bei fritz check aber das wird nicht so wirklich ins gewicht fallen wir fahren natürlich für staune mit head und christen das ist ja ganz klar und der rest muss helfen wobei wenn wir jetzt mal überlegen dass wir die etappe gewinnen können dann können wir die mit von mechelen gewinnen baue ich jetzt mal hinten noch mal mit ein das soll wenn möglich wenig kraft verlieren wenn es geht so und dann ist natürlich der erste muss man aber sagen der inder indischer meister hier muss man sagt ja leistet wirklich echt hervorragende arbeit er ist immer der erste im zug ist immer der erste der verbraten wird aber er ist nicht schlecht schaut euch den mal an also berg und medium mountain ist nicht gut aber hügel 69 ist echt gut und auch die sekundären werte sind nicht so schlecht dafür dass er der erste mann von uns ist also ich finde das schon echt in ordnung jetzt sind wir relativ spät dran dafür dass das hier so eng ist ich hoffe aber das findet sich noch ja das passt eigentlich schon das passt schon ganz gut nur dass es hier keine abstände gibt christen muss kurz sprinten das ist okay hauptsache wir verbrauchen nicht zu viel kraft am ende ja ich würde sagen optimalfall für die etappe wäre eigentlich wenn wir die reinen sprinter loswerden und wenn am ende von mechelen die chance hat die etappe zu gewinnen ich glaube noch mehr können wir von der etappe nicht nicht verlangen und ich glaube dafür stehen die chancen gar nicht so schlecht das feld fliegt hier auseinander walzer fliegt raus schaut euch mal um hier sind einige rausgefallen schon hier unten seht ihr das durch die bäume wahnsinn gruppetto ist auf jeden fall entstanden auch in laporte fliegt hier raus sondern hinten bricht weiter auseinander wir sind vorne immer noch am start es gibt attacken von jürgensen zum beispiel das ist durchaus was für die gesamtwertung aber dann machen wir uns keine sorgen das können wir alles beantworten das ist überhaupt kein problem von christen muss irgendwann vielleicht selbst von von mechelen tut sich auch schwer das ist jetzt schon fast der bergwert der erzählt aber der kommt mit rüber also ich glaube nicht dass da viele sprinter mitgekommen sind ich sag's euch ganz ehrlich dann haben wir hier die chance die etappe zu gehen von art ist natürlich ein monster der kommt hier natürlich mit rüber aber ansonsten glaube ich ehrlich gesagt fast dass da kaum leute mitgekommen sind von den endschnellen 53 sind es vorne haben sich leute abgesetzt die werden wir wieder einholen gehe ich mal von aus wir scrollen mal nach vorne also gut die gruppe ist halt vorne die werden wir natürlich nicht mehr einholen aber ich spreche von den leuten die gerade ausgerissen sind also die werden durchkommen hier da gibt es keine chance mehr für uns aber jürgensen kriegen wir wieder heißt natürlich auch von mechelen ist jetzt nicht mehr so wichtig weil der tagessieg weg ist ich hätte ehrlich gesagt gedacht bei dem anstieg hier kriegen wir die noch aber war nicht so heißt für uns dass wir uns jetzt neu organisieren von mechelen ist helfer weil es nicht mehr um den tagessieg geht und dann kommen die captains das können wir eigentlich vollgas jetzt runter brettern bis zum ende wie gesagt die leute vorne können wir nicht mehr einholen jorgensen wollen wir noch einholen ich hoffe das schaffen wir auch den haben wir glaube ich gerade eingeholt ja haben wir gekriegt passt ansonsten wird hier nicht mehr viel passieren und das ist durchaus okay für uns das heißt ja dass wir die plätze verteidigen konnten mit kristen und staune mit hat und da bin ich echt stolz sage ich euch ganz ehrlich also das sind top resultate hier vorne so weit vorne rein zu fahren ich finde es richtig krass so tagessieg vorne geht auch gott an flasen aber richtig knapp alle auf einer linie quasi okay er kommt jetzt so und hinten kommt jetzt unser zug und da hoffe ich dass wir vielleicht noch den einen oder anderen achtungserfolg einfahren ja wir gewinnen den sprint aus dem feld heraus sogar vor von art und petersen also christen und von mechelen holen sich die plätze 9 und 10 geil gibt zwar keine zeit abstände mehr aber ich denke die top platzierungen in der gesamtwertung die immer uns auf jeden fall gesichert und dass das durchaus den leuten wege zahlen und was wir gemacht haben sehen wir hier der insgesamt 21 lopez verliert hier richtig viel zeit ja wie erwartet gab es in der gesamtwertung zumindest ganz vorne keine veränderung mehr wir werden mit staune mit hat fünfter und mit christen sechster ich bin mega stolz auf unsere truppe sage ich euch ganz ehrlich die jungtalente wertung haben wir natürlich auf platz eins und zwei abgeschlossen also was für ein mega erfolg für uns das war's mit der heutigen ausgabe und ihr seht auch dass unser rennkalender kaum irgendwas vorweisen kann das heißt wir können jetzt schön vorspulen in der zeit und wir sehen uns natürlich in der nächsten ausgabe wieder aufs leben im sport